Yo Pyro's, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Channel. Heute im Test exklusiv die Dr. Pyro Testsieger beim Norma beziehungsweise Testsieger bei BDR oder bei dieser einen Fernsehsendung. Da war ja der Silvester 2K dabei. Jedenfalls ist das eine 16-Schuss-Batterie mit einer Effektdauer von 30 Sekunden und einer Effekthöhe von 50 Metern. Wir haben eine exklusiv Masse von knapp 329 Gramm. Es ist ein heftiges Gerät. Gibt es jedes Jahr immer wieder beim Norma. Vom Design her wirklich mega geil. Protomasse beträgt hier 2290 Gramm. Also heftig. Ich würde sagen wir gehen raus und testen die Dr. Pyroma, ob die wirklich so überzeugend ist wie in den Videos. Dann wünsche ich euch jetzt ganz ganz viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns. Didn't ich? Ich würde sagen, wir gehen nach zwei Jahren. Ich bin jungen. Du bist, ich bin jungen. Ich bin jungen. Ich bin jungen. Ich bin jungen. Ich bin jungen jungen, ich bin jungen. Ich bin jungen. Das war's. Das war's.